Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und zwar drehe ich heute mit Luis ein Video. Und zwar die Whisper Challenge. Und die funktioniert so, dass einer Musik hört und der andere sagt einen Satz. Und derjenige, der Musik hört, muss dann erraten oder von den Lippen ablesen, was derjenige gesagt hat. Wir wollten unbedingt irgendwas für euch zusammen drehen. Deswegen haben wir uns die Challenge rausgesucht, weil wir das ziemlich witzig fanden. Falls ihr eine noch witzigere Challenge habt oder irgendwas, was ihr unbedingt mal von uns beiden sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Ganz kurze Grüße gehen nochmal raus an Julien, der meinte, ich soll auf jeden Fall nochmal ein Video mit dir zusammen machen, weil er die so witzig findet. Oh, das ist ja super süß. Das ist ja super süß. Und damit sich Alex nicht gemobbt, fühl auch schon, guckst du an Alex. So, gut, geh mal. Hör ich zuerst Musik? Ja, Ladies First. Okay, bist du bereit? Okay, bist du bereit? Ja, aber du darfst nichts laut sagen, weil ich halt nicht laut. Ja, das wäre schon klar. Okay. Ich muss auf, wenn du lachen, sonst funktioniert das nicht. Nee, das ist... Nochmal, nochmal, ich kann das nicht. Otto. Sehr viel schminkend. Sauf, sauf, saufspiel oder sauf. Ich trage sehr viel schminke. Sauviele Spiele. Nein. Okay. Ich... Ich... Trage... Sag... Sehr... Von... Ich trage sehr viel schminke. Wie soll ich es jetzt alles sagen? Trage, 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 trage. Soll ich jetzt nicht so ein schwerer... Nochmal. Trage. Da. Gra. Gott, ich bin hier am Verzweifeln. Komm, am besten weiter nach vorne, damit man dich gut sieht. Sag am besten den Satz noch mal laut, damit man... Ich sage jetzt den Satz. Schade, what you want, I got what you need. Ich trage sehr viel schminke, sag ich jetzt wieder. Also, ich... Ich... Trage... Sage. Trage. T-T-T-T-T. Trage. Ja. Und so. Hast du es gehört? Was? Ob du es eben gehört hast? Nein. Okay, gut. Sehr. Das höre ich. Sehr. Ja, okay, scheiße. Viel. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Okay, ich trage viel schminke. Ja. Ich habe es vorher geraten. Jetzt hast du die Hälfte einfach gehört, oder was? Nein, ich habe es geraten. Das viel habe ich gehört und das schminke habe ich mir gedacht. Okay, 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 okay. Also, ich trage viel schminke, ja. Deine Augen sehen gerade richtig grün aus. Grün? Ja. Okay, warte. Der Satz ist, ich habe keine Muskeln und bin stolz. Alter, was ein langer Satz. Ich habe eine. Keine. Nochmal, fangen wir ein Wort nach dem anderen. Ich habe keine. Ich habe ein. Keine. Nein. Nein. Keine. Ein. Keine. Eine. Keine. Keine. Eine. Keine. 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 Was? Keine. Ich. Ich. Habe. Habe. Keine. Drei. Keine. Vier. Keine. Ein. Keine. Keine. Einbiss oder was? Keine. Keine. Nochmal. Keine. Jetzt war gerade die Pause. Keine. Keine. Was sieht da an? Ja, es ist, es ist, zeig mal so, wenn es anfängt. Ich. Ich. Habe. Habe. Keine. Keine. Muskeln. Muschi. Das sah ohne Scheiß aus wie Muschi. Das sah echt aus wie Mutschi. Muskeln. Muschel. Muskeln. Muskeln. Muckis. Muskeln. 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 Ja. Muskeln? Ja. Habe ich doch eben schon gesagt. Nein, du hast gesagt Mucki. Achso, hast du ja. Und. Und. Bin. 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 Stolz. Schon. Stolz. Schall. Stolz. Schum. Schum. Stolz. Schu. Cool. Nein. Stolz. Stolz. Schuld. Stolz. Schum. Stolz. Schallz. Stolz. 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 Schallz. Ich geh die ganze Zeit schallz. Stolz. Schallz. Stolz. 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 Schallz. Stolz. Schallz. Stolz. Stolz. Es ist S-C-H am Anfang. Nein. 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 Nur es. Ja. Stolz. Sind. Und bin. Schallz. Schulz. Stolz. Ich geb auf. Stolz. Stolz. Sorry. Also wenn man jetzt, also ich kenn das ja wenn ich die Videos sehe, also generell bei jedem YouTuber und man sitzt zuhause und denkt so, Alter wie dumm kann man sein? Das ist sowas von einfach, aber wenn du hier sitzt und dir ins Gesicht guckst und einfach nur lachen möchtest, dann kannst du das nicht. Das ist einfach schwer. Ich hab eine richtig gute Idee, ich sag sowas wie, ich mag es nicht wenn mein Freund, ne, nicht. Zieh. Nicht. Was? Nicht. Liest. Mein Freund liebt, küsst. Mag es nicht. Mein Freund mag es nicht, wenn ich freizügige Klamotten Klamotten trage! Zu doof! Es ist eine Anspielung auf dem Video, was sie heute geforscht hat. Ich weiß nicht, wann du es hochlädst, aber heute ist der... 18. März. Schaut rein, dann wisst ihr, was ich meine. Wieso, warum hab ich jetzt die Kopfhörer rausgezogen? Okay. Ich bin nicht ja lieb von dir. Nein. Du bist so ein Arschloch! Lebende Elefanten sind fetter als tote. Okay. Liebe? Liebe! Liebe. Liebe! Liebe! I just want to look at you all day want to look at you all day there is nothing wrong No No, there is nothing wrong with that That's right, but What? Tote 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 Lebende Elefanten sind fetter als tote Wie kommst du auf so eine Scheiße? We got no dollar Let it Let's be real Okay Luis Kann Nicht Nicht Ist Nicht Was? Nicht Was ist? Du machst genau so vor Nicht Nicht Leckt Legt Nicht Riecht Nicht Luis nicht Luis kann nicht Luis kann nicht Lippen lesen Lippen lesen Wie? Du hast gedacht, ich weiß eben was wahr ist Auch Luis, das ist zu einfach Ja, wenn du es mir mal so einfach machen würdest Okay Lippen Du musst es mal dann wechseln Let's just be real Real Wie saune Eier Ich hab's endlich raus Warum ich deine Lippen nicht so gut lesen kann Die hat einfach solche Botox Lippen Keine Wunder darstellen Excel Was soll das denn für ein Buchstabe sein? Mein Pen Mein 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 Baby Das kann er Mein 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 B Mein Bin Mein Berliner Mein Du musst aber immer Mein Ja, aber guck mal Wenn ich ein M machen möchte, mach Und nicht Ich sag ja nicht mein Weil das B geht so Und das M geht so Und das M geht so Mein Freund Mein Freund Furtz Weißt du, was war nochmal der Anfangsvorsatz? Mein Mein, achso mein Freund Das ist der Anfangsvorsatz Furtz Furtz Mein Freund Furtz Wie? Wie? Paule Paul Faule 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 Eier Eier Ich dachte, wir sollten hier Sätze nehmen, die der Wahrheit entsprechen Ja Meine vierte riechen tausendmal schlimmer als die faule Eier So Leute, wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat Ich hoffe, ihr hattet einiges zum Lachen Ich hab das auf jeden Fall Wenn ich das gleich bearbeite oder morgen bearbeite, ich werde nur so einen weglachen Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Videos mit Luis sehen wollt Dann lasst mir Liebe in den Kommentaren da Das genug auch, ob es da bei 50.000 Abonnenten wisst ihr ja Dann machen Caro und ich unseren Vlogging Channel auf Wenn das klappt Ja, bei 50.000 Abonnenten Unser ganzes Social Media seht ihr in der Infobox Und sonst, ja, sehen wir uns in meinem nächsten Video Tschüssi Tschüssi Ey, wenn meine vierze wie faule Eier stinken, dann sind deine laut wie Darth Vader sein Schiff